So, unsere Schule ist dort vorne, dieses weiße Gebäude, neben diesem grauen Gebäude. Die Lehrer wohnen hier in diesem Gebäude. Dort gibt es einen Swimmingpool und Tennisplatz, Grill. Die Stadt ist überschaubar, sauber, sauberluft und aufstrebend. Wir stehen jetzt hier im fünften Stock im Wind Pearl Hotel, im Zentrum von Hattingen City. So, hier ist die Villa und Einhäuser Nachbarschaft und nochmal hier ist unsere Schule.